hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at sandrock ich war schon mal vor es könnte sein dass diesmal die folge ein bisschen länger länger wird ein bisschen länger wird ja das heiße wetter in sandrock dass eine menge wasser benötigt wird um die maschinen ja genau okay schöner tipp beim heißen wetter wo soll ich das sehen beim heißen wetter montag montag geschontag okay ich könnte schon mal abholen zusammen also die fortgeschritte tau collector sind irgendwie schneller als die normalen dinge also die fortgeschrittenen sind besser als die normalen dinge wie man sieht okay könnte ich ja wasser herstellen 46 mal aber wir haben ein bisschen wasser da trocknet hier glaube ich aus sollte aber uns nicht stören ähm genau hier diese mangan steil stange müssen wir auch wieder abholen und ja hauptquests gerne tun aber ich würde erst mal das hier mit euch machen chromstein lager können wir noch ein chromstein lager herstellen oder ist dies nicht wir haben groß da wir haben kommen steuerler sehr gut da können wir noch einmal eins und link aufwerten und können gleich hier faser abfall oder wie das schimpft ja faser abfall einmal anschmeißen kann man noch mal aufwerten nein ist schon das maximale sehr gut was steht da über einen tag wochen also bis das komplett fertig ist so was könnten wir noch aufwerten das hier nein das hier glaube ich war es auch nicht aufwerten aufwerten hier schmiede um eine deutsche diese fertig meine neuen däuche sind fertig da kann ich ja mal gucken ob ich die verbessern kann mimi 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 müsste grünen sein grüne deutsch brauche Achat. Okay. Da müssen wir ein bisschen Achat sammeln. Achat. Oder, äh, wir schauen mal hier kurz rein. Achat. Aus Granit war Achat. Genau. Granit müssen wir hier sammeln. Äh, Moment. Weil aus sowas können wir noch Achat bekommen. Achat. Äh, nur aus Granit, ne, war das. Äh, äh, aus Achat. Äh, Granit. Achat. Dann müssen wir ein bisschen Granit, äh, sammeln. Äh, um Achat bekommen. Achat. Äh. Diese Namen. Achat. Ich hol mir mal ein Reitier. Äh. Ich miete mir mal eins. Ja, mit so wenig Geld miete ich mir einen Achat. Äh, nein, nicht Achat. Äh, äh, Okay, Geschwindigkeit und Ausdauer. Ähm, Geschwindigkeit wäre, glaube ich, ganz gut. Äh, Okay, die Ausdauer ist bei dem ersten sehr hoch. Ähm, okay, wir leihen uns den hier mal aus. In, Woche, glaube ich, war das. Äh, Ach, Jagmeer kommt direkt zu mir. Das finde ich ja schön. Sehr gut. Äh, dann, äh, wollen wir mal Ich weiß nicht, ob das den Unterschied macht zwischen Kameer und Jagmeer. Aber da kann auch einer rauf. Auch nicht mehr. Nur einer. So, genau. Ja, lasst ihn mal. So, und dann mal hier Granit gucken. Das erste Granit war ein rotes, ne? Rot. Granit war rot. Äh, oder war das? Ich, ich guck mal kurz. Ach, Granit war gelb. Ich bin ja lost. So was von lost. Muss ich gleich nochmal hochgehen. Komm mal mit. Nochmal hochgehen. Los. Will du nix vergessen. So. Dann gehen wir mal weiter runter. Gift ist er hier nicht mehr. Gott sei Dank. Dann holten wir mal ein bisschen Ausschau nach Granitos Paulitas. Ja, genau. Und jetzt kommen sie und wollen kämpfen. Ja, komm her. Nehmen wir mal mit. Bei der und Ressource können wir auch sehr gut gebrauchen. Siegeltücher natürlich. Aber das hat keine Lust mehr. der hat aufgenommen. Komm her. Oh Gott. So. Danke für den Chromsteilstange. Oh. Die getroffen auch Chromsteilstange. Sehr gut. Ähm. Ich glaube, da geht nur zum Moment. Ähm. Er spült nur Granit. Alles andere ist mir egal. Ameisen. Naja. Relativ. Mehr. Machen die vielleicht mehr. Okay. Konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Schade. Ein bisschen Granit muss sein. Lalalalala. 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 So, ich denke mal, das reicht für den Anfang. Mehr Granit hole ich jetzt nicht. Hm. Huch. Dann läuft er nicht mehr. Okay. Ich kann mich nicht muten. Das ist uncool. Und scheiße zugleich. Ich kann mich nicht mehr muten. Ich verstehe es nicht. Okay. Egal. Ist ja nicht so schlimm. So, dann schmeißen wir mal. Denk an. So, Granit. Nur dreimal? Ja. War gar nicht fleißig. Okay, Kamel. Du bleibst mal hier. Ich habe gerade Granit plus bekommen. Hä? Ich habe noch sechs Granit drin. Egal. So, dann schlafen wir den Tag durch. Ich muss am nächsten Spieltag ja fertig sein. Äh. Wach auf. Meine Güte. Immer noch kein Brief. Okay. Das hier müsste fertig sein. Oh, ein Achat. Huch. Ein Achat. Sag mal. Was ist das? Hey, ich habe doch noch Granit in den Taschen. Hä? Man braucht insgesamt neun Mal für ein. Reicht dann dieses eine Achat? Ich glaube nicht, ne? Man braucht zwei. Nee, man braucht drei. Alles klar, man braucht noch mehr Granit. Ach du meine Güte. Granit einfach finden ist nicht? Das ist sehr schlecht. So was war es schlecht. Ja. Servicelast. Es war doch complimentary. Äh. Granitfliesen. Mhm. Brauche ich nicht. Achso, Ofen-Upgrades. Was braucht man dafür nochmal? Magnesium-Chrom-Offenkern. Und Chrom-Stein. Guss-Eisen. Ja, keine Ahnung. Krieg nicht hin. Ach, Aufnahme, pausieren, das geht, ja. So, sollte ich es mir wagen oder noch nicht? Die Hauptquests weiterzumachen oder wir bereiten uns noch weiter vor. Bei den neuen Däuchen, ein bisschen schwierig, müsste man vergleichen, 35, 25, 150, die neuen Däuche, schwierig, die aufzuwerten. Da brauchen wir nämlich Achat. Und so viel Achat habe ich nicht. Niemand verkauft Graniten. Ist ein bisschen blöd. Okay, Hermostat, Lavendel und starke Medizin haben wir. und ein bisschen Patronen. Aber für die Pistole leider nicht. Da hängt nur sieben Schuss. Für Sturmgewehr habe ich. Ähm, naja, komm. Probieren wir mal. Probieren geht über Studieren, sagte man immer. Da muss ich gar den ganzen Weg wieder hinlaufen, ne? Ich könnte natürlich für euch überspringen. Aber erstmal muss ich ankommen. Ja, da war gerade Granit. Ich weiß. Da war wieder Granit. Natürlich könnte ich die Gegend hier säubern. Ja, komm. Denken wir mal ab. Ich überspringe es für euch. Ja, da reiten wir wieder. Und ich melde mich, wenn ich wieder kurz vor Haro bin. Bis gleich. So, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo Haro dann auftaucht, ne? Und da ist eine Heilung, die ich überhaupt nicht brauche eigentlich. Aber ich nehme es trotzdem mal. Und ich sollte die Katapulte wegmachen, ja? Muss ich mal schauen, wo die sind, die Katapulte. Wieso habe ich das hier? Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, wo die Katapulte sind. Yep. So, du hast wirklich gezeigt. Das ist das ganze Strich. Kennen wir ja schon. Katapulte? Ja. Ah, tschüss. So, äh, wecker. Also noch mehr Katapulte? Okay. Ja. Wo ist denn hier noch einer? schon wieder Katapulte? Hä? Ich dachte, ich habe die kaputt gemacht. Äh, ist auch kaputt. Äh, wo ist hier noch einer? Äh, ist auch schon kaputt. Okay. Und dürfte ja kein Katapult mehr da sein. Ich kann mal ein bisschen schießen, ne? Ich mach ihn fertig. mit strom gewehr ich hoffe ich komme dann auch noch weiter so das war schlumgewehr okay er ist raus okay er geht oh nein jetzt wird es witzig wie sagt ich habe euch vorgewarnt dass das länger dauern kann die folge jetzt muss ich den hampelmann auch noch besingen ja okay was ist das untersuchen illegal sagt dazu illegal holz okay illegal naja okay oder da hätte man auch noch heilung gekriegt jetzt wird es wird sich bilder we finally come face to face heard you're also a core member now so you've come from my head well i ain't gonna make it easy for you logan this build is a tough one it's okay stay out of this one ja mhm das schieße ich doch lieber drauf macht mehr ums oh Oh ja, der macht ordentlich Bums. Nein. Wie geht's das? Okay, dann wollen wir mal. Nein, 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 nein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ah, verdammt. So, besiegt. Hoffe ich. Nee, noch nicht. Zeit runter, Young. Oh, Grace stinkt dahinter. Ich hab's mir schon so gedacht, dass Grace dahinter steckt. Grace? Grace? Was machst du denn hier? Äh, Grace, Banjo, hat er, hat er recht? Du bist Logan Spionin? Du kochst jetzt für Logan? Nee, Grace, was machst du denn hier? Ja. Oh, okay. Oh, okay. Ich wusste, dass Logan kein schlechter Kerl ist. Ja. 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 Ich bin nervös. Ja. 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 Wir sind. Ja. 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 Na na. Ja. Duvos. Me and Haru, we couldn't figure it out. The meaning of this single word ran too deep, but for my pa to mention protecting Sandrock and Duvos in his dying breath, it must have been the reason he died. The temple collapse also broke my foot, so we went into hiding while I healed. During this time, they put out wanted posters for my capture, and we became known as bandits. While in hiding, we talked every day about my pa's last words. Was Duvos and Sandrock? Were they planning something evil? How could two nobodies like us go up against the might of that empire? We thought about telling Justice and Owen, but I didn't know who to trust and how deep this rabbit hole went. What if I got him hurt, or worse, killed? That's when Haru came up with a plan. We're going to live up to that bandit name and force the attention of authorities across the free cities to be on Sandrock, giving us some backup. That train hijacking was one of those plans. That plan had way too many holes. If it didn't work, you'd be wearing that bandit title for life. It worked, didn't it? And frankly, I don't care about my name. I just want a clear answer for what happened to my pa. I only regret that I had to pull Haru and now the Builder into this mess. I'm in this as much as you are. Besides, I've never regretted helping you or Howlet. Luckily, Grace found us in time, and now we have a clearer and more validated motive and goal. If you haven't already figured it out, I'm not an archaeology student. Not for a while now, anyway. I'm actually an operative of the Alliance Central Intelligence, undercover in Sandrock. Das war mir klar. I'm here because we believe that there's a spy for the Duvos Empire embedded in Sandrock, and the Empire is involved in some nefarious plan regarding the Eufaula region. I believe it's all coming to a head soon, and we need to figure it out before it's too late. We want you to help us with the investigation. Okay, can I do it. Where is Andy? How did Andy come to you? Yeah, you can ask me. We found Andy wander in the desert. He got lost from his caravan, and tried my hardest to find him, but came up with nothing. We did the best we could for him, but I didn't want him growing up a bandit. When Grace warned us of the bounty hunter, Andy must have heard and went into town in disguise. Everything turned out for the better, though, thanks to you. That boy needs to go to school and get educated. His talents were wasted in this cave. Ah, okay. Was untersuchst du genau? A while ago, HQ intercepted a Duvos encoded telegram sent from Sandrock, saying, the plan is proceeding. It was signed by Tiger. I was sent here to investigate. I found normal traces of Duvos activities here and there, but nothing about this Tiger. Uh-huh. When Logan went on his act-like-a-bandit plan, HQ ordered me to investigate his relations to Duvos. That's how we met up. After hearing Howlett's last words, it confirmed both of our fears. So, we had a common goal. We decided to work together to reveal the enemy that's hiding in Sandrock. Ah, okay. Around that time, HQ intercepted two more transmissions. One saying, the water tower is ready. The other saying, the water in town has been successfully hidden. Based on this, we believe their motive to be withholding water from Sandrock to drive it into ruin. Think about it. During a war, if Sandrock is destroyed, the link between High Wind and Atara would be severed. That'd be detrimental to any war effort. Logan decided on his own to go sneak a look at the water tower, but Penn ran into him while patrolling. Not only that, Penn also had a relic weapon. He guarded that secret surprisingly well, as I didn't even know about it beforehand. It was powerful enough to destroy the tower and give Logan a severe beatdown. Oh, Penn. I disagree with the last part, but yeah, I'm pretty sure Penn's a bad guy. Since he covered up the fact, he blew it up and blamed it on me. Maybe he just didn't want to get blamed. Whatever the case, I did some digging around town. And, well, everything was normal. All the numbers for the water tower and the water imports checked out. Okay. We were getting nowhere, but the Duvo's messages mentioned hiding water. That basically incriminates members of the church, as they're the only ones handling the water and... Mm-hmm. And I decided to take action. Why wait? Just grab their leader. We'll just interrogate Matilda. Even if she turned out not to be the... Tiger. She still must know something, right? Right, so I sidelined Penn for a bit and Logan did his kidnapping. The only problem was, you guys showed up a little too soon, and we didn't get any useful information out of the minister after all. Mm-hmm. Okay. Still, I don't think Matilda's in on it. She went back and even asked the Civil Corps to start an investigation, which turned out to be a boon for us, as we got some numbers that we didn't know before. From the new data, our conclusion was whoever's hiding the water is doing it in the sandrock storage right beneath the temple. Not only that, but they could also be making money off of the water they're re-stealing by reselling it. Mm-hmm. This thing runs deep, Builder. I wanted to report back to my higher-ups in Atara, but the risk of getting intercepted was too great. What with all the Duvo stuff going on. And besides, that's when I made my biggest discovery yet. Yeah, and guess who was in charge of constructing the sandrock storage? Yen. So, I did what any self-respecting spy would do. I went into Yen's house and found the original construction blueprints. Mm-hmm. Dieser schmieriger Typ. And what do you know? Right there on the blueprint is a location for a hidden door. The only problem was there's a lock. An incredibly complicated one at that. I couldn't get it open. And believe me, I tried. Okay, da gibt's ein Schloss. To open the lock, we'll need a builder's help to build an anti-lock system. And we thought of you. Okay. Okay. I was just about to make a dash for your workshop when Lumi showed up to warn me of the goat plan one of them moles hatched up. I thought, heck, great opportunity. So, I told my goat Rambo to bring you here. Mm-hmm. And here we are. Okay. Sehr gut. Mm-hmm. Äh, was ist wirklich mit Howlid passiert? Warum trägst du eine Maske? Ja, um sich zu verstecken, natürlich. Äh, ich frag trotzdem mal, wie eine Maske? Was mit Howlid wirklich passiert? Was mit Howlid wirklich passiert? Oh. Ah, cool. Monsterjäger. Äh, cool. Äh, cool. Äh, cool. The church had Fang do a full diagnosis on my Pa, and he confirmed the virus. It was one of them dangerous viruses from the Age of Darkness. Fang didn't have a cure. My Pa was in a coma and dying. Oh, no. Before he left, Fang told me that my Pa had bruising on the back of his head. That made me think he might have been stung by some monster. Maybe I could get him out and find another doctor with more knowledge in that field. But Miguel wouldn't relent. I had no choice. So I decided to break my Pa out. The bomb we used wasn't that powerful, but it must have blown a support. The entire side of the temple came down. And my Pa was... It's all my fault. No. No. I'm to blame as well, but we couldn't have predicted how things would turn out. Right. Even during his last breath, my Pa's thoughts were on protecting the people of Sandrock. I will honor that wish to the end. Und warum ich? I've been observing you and the whole town. Whether it be the moisture farm, Shonash Bridge, or the water tower, you always come through with flying colors. It's plain as day to me that you're one of the good ones. Yep. I think you're a very talented builder and trustworthy person. Someone that I would want on my team. So we're betting the success of our mission on you. Okay. Sehr gut. Now that we've answered all of your questions, before you decide, I have to tell you one more thing. We are going up against the Duvaux Empire here. We'll try our best to protect you. But if you join us, there will be danger. Keep that in mind. Now I sincerely ask you, can we count on you to help us with the Sandrock storage hidden door? Aber selbstverständlich helfe ich euch. Hundertprozentig. Ich bin dafür. Perfect. Thank you for trusting us. Oh yeah. The posse's growing. We'll be counting on you, builder. Let's look at the blueprint of the Sandrock storage again. See? That hidden door must be at least half a meter thick. Any explosive that we can use to knock it down will alert anyone within ten leagues. Okay. The locking mechanism for this door is something I've never seen before. Normally I wouldn't even know where to start. That is, till I found this. Jan also had the anti-lock diagram. I bet it's because he wanted to have a bargaining chip if all this blows open. In any case, with this, I'm sure you can construct it. Überlass das mir, äh, dieser Jan. When you're done, let me know, and we'll start the next phase of the mission. Thanks. I think that covers most of it. I guess if you have more questions for us, we can stick around for a minute. But best to get back to town soon, before suspicions are aroused. When you're ready to go, head past Andy's old room to get back to the surface. Okay, dankeschön. Das da, sein Zimmer. Oh, dat liegt ne Waffe. Da liegt ne Waffe. Ich hoffe, ich kann die mitnehmen. Ey, cool. Builder, I apologize for bringing you into this so abruptly. I wish there'd been another way. Oh. Ähm. Thanks for listening to us. It's not only Hal, it's legacy on the line here, but the entire fate of Sandrock. We'll move to a new camp soon, but don't worry. We'll be in... Ja, ähm, okay. Ich könnte natürlich alle Gespräche mitnehmen, Fragen und bla, aber... Abenteuerumhang. Oh. Abenteuerumhang. Wo macht man das hin? Welche Stufe ist das? 37. 37. Kann ich das hier hin tun? Ich glaube nicht, ne? Oder? Kann ich das hier hin tun? Ja, doch. Boah, geil. Das sieht gut aus. Sieht doch geil aus. Oh, ich hab einen Oberhang. Uh. Voll gut. Nur noch aufwerten, dann ist schick. Oh, kann ich dieses Rädchen nehmen? Soll ich noch mit die Leute reden? Oder eher nicht so... Builder, you're... Ich bin froh, ein Teil der Gruppe zu sein. I'm glad to have your board. In fact, I can't do this without you. So, thanks for believing in us. Natürlich. We hit you with a lot of info today. Hope it wasn't too much to handle. Nein, alles gut. Es war Liebe auf den ersten Blick. Geht's noch? Hast du jemals etwas Schlimmes getan? Deine Ziegel scheint sehr klug zu sein. He was. Never shot anything that didn't need shooting. Always put the town ahead of himself. From the time I could walk, I wanted to follow in his footsteps. He taught me everything I know. How to fight, how to hunt, how to be a decent man. I think I've made myself clear. If you still have doubts, not sure what more we can say. Hey, we do need your help though, Builder. Do whatever it takes to earn that. Ja, und ich hab auch, ne, euch gewarnt, die Feuerwehr kann länger dauern. Die werden hierbleiben. Okay, äh, darf ich? Ne, darf ich nicht. Schade. Ich könnte auch mal Grey sehen, aber ich denke mal, wir können auch später reden. Hoffe ich. Aber eine Waffe habe ich hier sehen. Kann ich die haben? Natürlich nicht. Äh, das sind alles Relike. Relikte. Relikte. Nein, Relikte. Oh, ich denke mal, das reicht schon, die Untersuchung. Ah, cool. Honey, Lukas. So, ab nach oben. Ähm. Warte mal. Äh, wer wird denn so? Äh. Ähm. Ähm. Ach so. Ähm. Ja. Ja. Äh, da. Wieip. Wupp. Und hier jetzt raus. Sehr gut. Ich denke mal, da sieht so aus, das Käfer ist ein direkten Zugang zur Hülle, aber rauskommen brauche ich eine Ziege. Ähm. Dankeschön. Also muss ich jetzt hier mit der Ziege oder wie, ähm, geh hin. Okay. Wir geh hin. Mit der Ziege. Ähm. Ja, die Folge ging ja ziemlich lang. Ja, sehr viele Gespräche. Tut mir leid, aber mir interessiert die Story. Oh. Jemand ohne, den wir alle ärmer sind. Was? Von wem redet sie? Äh, ich bin noch da. Äh. Ähm. Bustin Workshop by the Hell. Matilda? Was erzählst du da? Oh, departed from this earth. Through contributions left and tell us a spread. Was? The spirit of our friend shall remain with us here forever. Die schreiben mich jetzt schon ab? Was soll das? Ich bin noch hier. Hey, you're right. I found the spirit. Pff. Ja, klar. Ah. Ah. Da guckt ihr, wa? So schnell sterbe ich nicht. Oh, Builder, you're alive. You? Ich kann nur sagen, ich bin ein Geist. Ich bin am Leben. Meine Herren. You're all right. Mhm. I really thought you were... Nein. Oh, what a relief. So schnell nicht. You scared us half to death. Was? Fooey! We all knew you were faking. Mhm. Cooper. Well, I did. Don't know about y'all. I'm so glad. You are not so easily defeated, eh, Builder? Mhm. I hereby announce Grace's funeral omelettes to now be known as Celebration omelettes. Mhm. Ziel, äh, äh, Bronzerstange und Chromstallstange. Das kriegen wir sehr gut hin. Justice, äh, hier, mit Grace wollten wir noch reden. Hey, I was so scared. I thought we lost you. The light finds a way to guide us. Always. Hm. Whatever do you mean? I started cooking early this morning. You'll really have to fill me in on what happened when I'm not so busy. Mhm. Okay, hier redet's ja nicht. Pen. Pen. Nein, nicht du. Auto. Ja. Okay. See ya! What an amazing tale! Back from the dead. Good on you! I much prefer the living version of you. As do most citizens of Sandrock, I assume. After I heard the news, I turned the whole place inside out, but couldn't find you. You know, traditionally, you're supposed to wait in one spot if you're stranded. Well, one can't complain seeing such a result. Welcome back. But, say, if you had any strange encounters out there, perhaps any bandit-related, you'd tell your old buddy, Pen, wouldn't ya? Just that simple. Ha ha! Of course you would. What am I saying? Catch you around. Mhm. This sermon is off for reals. We'll see people alone. Pen, I have a eye on you. Ich werde dich vernichten. Chromestallstange fertig. Sehr gut. So gut. Gut, dass ich noch Chromestall habe. Kann ich das Anti-Block-System hier bauen? Sehr gut. Ich bin direkt fertig. Jetzt nur noch Grace berichten, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, Cliffhanger. Ja. Dann sag ich mal an der Stelle, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren MyTimeAtCentrock auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, genauso viel Spaß und Spannung hattet wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Centrock. Ciao mit V. Ciao mit Ö. Tschüss.